Ich begrüße Sie im Namen des Stadtwarns. Ich begrüße Sie im Namen des Stadtmarketing-Hechingen ganz herzlich in Hechingen. Auch in diesem Jahr und zum dritten Mal unter der Regie des Stadtmarketing bitten wir Ihnen wieder ein abwechslungsreiches, vielfältiges und interessantes Programm an. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Aktiven, wie unser Name schon sagt. Das heißt, die Einzelhändler, die Dienstleister, Gastronomen, Handwerker, Vereine, einfach alle beteiligen. Vom Fürstengarten bis hin zur Herrenackerstraße präsentieren Sie sich. Liebe Gäste, nutzen Sie das zweikhaltige Angebot und lernen Sie Ihren Geldbeutel. Viel Spaß. Alle wach. Und die Musik war auch schon sehr schmissig. Ich habe jetzt einfach ein ganz kleines Gedicht geschrieben. In unserer Stadt ist heute was los. Ein buntes Programm für klein und groß. Alle machen heute mit beim Hechinger aktiv. Herzlich willkommen von nah und fern. Wir Hechinger, wir feiern und genießen halt gerne. In allen Straßen von oben nach unten gibt es zahlreiches Angebot für einige Stunden. Bei tollem Wetter und Sonnenschein lädt der Stadtmarketingverein mit den Geschäften ein. Begonnen hat es mit dem Sockenstricken, ein guter Festbeginn, das war auch sehr entzückend. Ja, das reimt sich jetzt nicht so toll, aber egal. Zu bummeln, Essen und Kinderprogramm mit Handwerker, Floh und Krämermarkt, Musik, tollen Angeboten und Infostanz. Doch erst wenn der Fassanstich getan, fängt der Tag richtig an. Darum rede ich nun nicht mehr, gebt mir jetzt den Hammer her. Ein froher Tag. Komm mal, hier. Komm mal, komm. Der Gummi ist nicht. Der Gummi ist nicht. Der Gummi ist nicht. Halt nur fest, dann machen wir es leer so. Ich mach das jetzt auch. Der Gummi ist nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.